Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 19. Januar 2021, 22 meine ich natürlich, zu der Geek Talk Daily, 1153. Heute mit den folgenden Themen. Und eigentlich könnte ich es fast schon bei Activision der Bombe belassen. Dazu komme ich auch gleich. Aber ich habe noch Game Pass, Deezer, Adblocking, Tonga und Ericsson mit auf dem Blatt, was ich hier für euch zusammengestellt habe. Digitales logischerweise. Ich habe keinen Baum getötet dafür, für diesen Podcast. Microsoft kauft Activision Blizzard und das für unglaubliche 68,7 Milliarden Währungseinheiten. Eine unglaubliche Zahl. Wer vor kurzem gedacht hat, dass bei Kauf von Bethida schon viel Rappen über das digitale Portemonnaie gelupft sind. Nee, da geht noch mehr. Und wenn das Ganze durchgeht, bis dahin soll Activision noch ein eigenständiges Unternehmen bleiben. Aber wenn das durchgeht, wird der Gaming-Chef bei Microsoft zum mächtigsten Game-Mensch sowieso. Und überhaupt da draussen, zumindest einzig grösser, in dem Sinn mit Hardware gemessen, sind noch Sony. Und was war da noch? Tencent. Aber vom Spieleumfang her, wird das Ganze nachher das Grösste sein, was es gibt. Was ist da alles so mit dabei? Ja, das ist so einiges. Bei Activision, Blizzard etc. Zum Beispiel Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush und Starcraft sind nur ein paar der Titel. Da gibt es noch deutlich viele andere. Und doch, stich mir, Guitar Hero, Tony Hawk, bla 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 und so weiter. Also da sind wirklich grosse Titel mit dabei, die dann einen neuen Besitzer bekämen. Das Tolle daran ist, und das sage ich als Besitzer und als Abonnent von Xbox Game Pass, die meisten neuen und auch vor allem die ganzen vielen alten Titel, das meiste davon, sollte dann auch in den Xbox Game Pass reinwandern. Und der wird dann nochmals viel, 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 viel geiler, als er jetzt schon ist. Das ist jetzt schon eine geniale Geschichte. Aber eben, da kommen ein paar mehr Spiele rein. Ich bin mal gespannt, ab wann Microsoft da dann mit dem Preis mal vielleicht hoch geht. Und oder auch nicht, weil das ist natürlich ein Zugpferd. Aber Microsoft hat auch gerade verlauten lassen können, dass man aktuell 25 Millionen Abonnenten vom Game Pass hat. Und eben mit dieser neuen Übernahme werden sie sicherlich viele, 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 ganz viele neue noch dazu bekommen. Dann gibt es Neuigkeiten vom Musik-Streaming- und Podcast-Anbieter Deezer. Die haben jetzt eine Kooperation bekannt gegeben mit der ARD. Die dürfen nämlich rund 400 ARD-Produktionen, da gehört eben nicht nur ARD, sondern auch Bayerische Rumpfunk, MDR, NDR, RB, RB, BBSR, SWR, WDR und so weiter mit dazu. Also diverse der Shows. Von da kommen jetzt auch ins kostenlose Angebot von Deezer. Bei Deezer kann man auch kostenlos Podcasts hören. Das wäre ja noch, wenn die Geld dafür verlangen würden. Eine Niederlage gibt es auch für den Springer Verlag. Vor längerem schon mal gab es da eine Geschichte in Richtung, man möchte das verbieten, ist ja böse, weil die Leute nicht bezahlen, bla bla bla. Ja, man hat jetzt nicht recht bekommen. Adblocking darf gehen, ist kein Urheberrechtsverstoss. Finde ich nicht ganz unsympathisch. Weiter geht es mit dem Vulkanausbruch, der in der letzten Woche, glaube ich, war es noch passiert ist, der auch auf der ganzen Welt zu spüren war. Sogar hier in Deutschland und im Süden von, äh, hier in der Schweiz und im Süden von Deutschland zu hören, nicht hören, aber spüren war, der Ausbruch in Tonga, der hat nicht nur eben einen riesen Schaden verursacht. Und ich habe es auch vor ein paar Tagen getwittert, wenn man das so vergleicht, so einen Grössenvergleich in Europa hat, das nimmt auch einen grossen Teil von Frankreich ein. Also der Schaden, der die Wolke da gemacht hat. Nee, es ist auch bei der Kommunikation da einen kleinen Unterbruch passiert. Die Unterseekabel gehen da in der Nähe durch. Zum einen von da, also von der Insel Tonga bis nach Fiji, das ist das grösste Kabel, was da unterbrochen ist. Aber dann natürlich auch die ganzen einzelnen Inseln untereinander. Und bis rüber nach Papua-Neuguinea gehen da Unterseekabel und die sollen teilweise richtig heftig beschädigt sein, weshalb man aktuell auf der Insel zumindest nur über Satellit deutlich längsamer ins Internet gehen kann. Sehr, sehr unschön. Und zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Patent. Troll, nee, Troll ist nicht, aber halt einer, der Geld will. Sony Ericsson, ja Sony Ericsson, genau, Ericsson will nämlich, Apple will wieder an den Kragen. Schon irgendwann in den Anfang 2010er Jahren gab es da Krach und man hat sich im 2015 schlussendlich geeinigt. Apple bezahlte immer schön brav Geld für die Patente, die sie nutzten. Das Gleiche soll jetzt passieren, denn Ericsson meint, sie haben 60.000 Patente auf 5G und Apple nutzt einiges davon. Aktuell bezahlt man schon zwischen 2,20 und 4,40 pro einzelnes iPhone an eben Ericsson. Da möchte man jetzt noch mehr haben von Ericsson. Vor kurzem haben sie übrigens gegen Samsung genauso gleich geklagt und einiges an Geld abgeholt, was sie zukünftig mit einnehmen können. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, es hat ein bisschen was für euch mit dabei gehabt. Wenn ihr mögt, gerne bald schon wieder. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.